Was geht Leute? Mein Name ist Lato Boro und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft. Wir spielen hier eine Runde Quick Survival Games und ja. Mal gucken, was uns erwartet. Ey Leute, ich pack ja richtig rum. So Leute, da sind wir wieder zu einer der nächsten Runde. Wir spielen hier eine Runde Sky Wars. Weil Sky Wars immer wieder mal Sparsch macht. Das Sprengspielschneider und das Sky Wars. Schatz 2, Schatz 2, ich brauche Schatz. Ich kann schon machen, das Schatz, das Schatz, das Schatz. Ja und für mich lagst du nächster oder was man? Wow, ein Brustpanzer. Was bringt das Sprengspiel denn jetzt? Oh, das kann ich mal alles mit. Schatz 1, Schatz 2. Im Moment, was ist besser für mich? Das ist besser. Hier kriegst du ein Schatz 1, das, das, das. Äh ne, warte, zack, kriegst du das hier, kriegst du das. Nein, 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 nein. Das, 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 das. Das ist... Und hier 2 Eisen. Weil ich mach mir jetzt ein Eisenschwert. Weil ich mach mir jetzt ein Eisenschwert. und dann möchte ich ein tnt boost machen wo bist du hallo er geht einfach rüber warum nicht jetzt hier nehmen doch ein dir hier jetzt nehmen doch so leute da sind wir da sind wir wieder nächste runde quick survival games so leute sind wir wieder nächste runde neue runde neues glück wir haben direkt ein schwert bekommen schon mal sehr gut genau genau so leute schwert er hat er hat schon mal direkt die volle eisenrüstung haben wir das ist ein abstrauber hier oh shit über 3 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 schub gegeben so weit auch ein bisschen dann kann ich ich nehme die Eisenrüstung, ich nehme alles, falls einer noch keine Rüstung hat ich habe keine Pfeile, ich weiß nicht ich habe keine Pfeile, ich weiß nicht ich habe keine Pfeile ich habe ein Steinschwert und der hat so ein blödes, keine Ahnung, ein Holzschwert jetzt kommt der Abstauber, jetzt will er abstauben locker, oder? das finde ich von dem voll korrekt, dass er nicht abstauben möchte das finde ich von dem richtig korrekt ok, mal gucken, ob wir die Runde gewinnen ach so, es sind drei Spieler, ok, der ok, der ist tot komm, nicht abstauben, ne Digga nicht abstauben, komm Digga, also was macht man nicht Digga, also was macht man nicht, komm alter ja man, ja danke für den Schub, gell das bringt gar nichts ach, ich habe keine Lust mehr verzieh dich Digga, verzieh dich ah, ich habe hier noch schon 13 TNT, ich bin argh, argh, argh argh, 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 argh skitzst du nicht, Mann ich hab mich selbst gesprengt, Mann wie behindert kann man denn sein, Alter Ciao, nee, kein Bock mehr.